I walked into the room dripping in gold Servus Leute, Alomo hier und willkommen zu einer weiteren Folge Destiny News. Wir gucken uns heute das Bungie Weekly Update vom 15. Oktober an und das handelt vor allem um Oryx und Osiris. Und ja, eine gute und eine schlechte Nachricht verstecken sich dort drin. Einmal die schlechte zuerst, Trials of Osiris für dieses Wochenende ist abgesagt. Grund ist ganz einfach, es gibt einen kleinen aber gemeinen Fehler in Destiny, die es einem Jäger mit Nachtpirscher, mit dem Leerebogen ermöglichen, seine Super immer und immer, also unendlich einzusetzen. Und ja, das kann Bungie leider nicht bis heute Abend fixen und möchte natürlich verhindern, dass das in Trials of Osiris auf unfaire Weise genutzt wird. Daher das auf unbestimmte Zeit verschoben. Ich blende euch jetzt hier ganz kurz Gameplay aus einem Raid ein, wo das einer meiner Kollegen eingesetzt hat, dass ihr euch mal so eine Vorstellung machen könnt, wie es funktioniert. Ich werde euch nicht verraten, wie es funktioniert. Wenn es euch interessiert, dann informiert euch selber. Bungie wird das in den kommenden Tagen fixen. Tut mir einen Gefallen und setzt es nicht im PvE ein. Wirklich, ihr tut euch selbst damit keinen Gefallen, denn Bungie hat angekündigt, dass jeder, der das Ganze einsetzt, temporär gebannt werden kann, bei Wiederholungstätern sogar permanent. Also, wenn ihr euren Account nicht verlieren wollt, dann lasst die Finger weg von diesem Glitch. Wie gesagt, Bungie wird in den kommenden Tagen ohnehin patchen. Dann das Gegenstück dazu, die gute Nachricht. Der King's Fall Raid bekommt endlich seinen Hard Mode. Am Freitag, dem 23. Oktober um 10 a.m. Pacific, das ist 19 Uhr unserer Zeit, kommt der Hard Mode Raid für den Königsfall Raid raus. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig da drauf, denn sind wir mal ehrlich, der eigentliche Raid, der ist keine große Herausforderung mehr, wenn man weiß, was man zu tun hat und wenn man ein gespieltes Team hat. Von daher ist es schön, dass was Neues, was Schweres rauskommt. Ich kann es kaum erwarten und tatsächlich hat Bungie das Ganze auch um eine Woche vorgezogen. Normalerweise war es geplant für den 30. Oktober, aber sie schreiben hier zwar, das Raid-Team war soweit und haben entschieden, dass man es ein bisschen früher veröffentlichen kann, aber Bungie muss natürlich einen Ausgleich schaffen für das Wegfallen von Childs of Osiris. Und ja, da kommt natürlich eine frühere Veröffentlichung vom Hard Mode Raid gerade richtig. Also in einer Woche, nächste Woche Freitag um 19 Uhr Hard Mode Raid. Ich werde mich, denke ich, direkt an dem Tag mit Streamer House aufmachen und den bezwingen oder versuchen, den zu bezwingen. Und mal gucken, vielleicht werde ich das Ganze sogar live streamen auf Twitch TV. Also schaut mal unten in die Videobeschreibung, da ist ein Link dazu. So, ich denke mal, 18.30 Uhr, 19.00 Uhr sollte ich da auch direkt loslegen. Ich kann es noch nicht versprechen, weil es ist natürlich nicht abhängig von mir, sondern von den Kollegen dort von Streamer House. Wenn die sich entscheiden, auf der Xbox zu spielen oder ich eben nicht im Team dabei bin, ja, dann kann ich das Ganze natürlich nicht selber machen, aber haltet einfach mal die Augen offen, lasst ein Follow dort da und ja, dann könnt ihr ja auf jeden Fall mal reinschauen. Dann, ähm, das Ganze, also weil sich Trials jetzt eben verschoben hat und der, der, der Hard Mode Raid jetzt etwas früher rauskommt, kann man natürlich so ein bisschen kalkulieren, wie es weitergehen wird. Trials fällt diese Woche weg, nächste Woche dann der Hard Mode Raid. Logischerweise, auch wenn Bungie den Fehler dann gefixt haben wird, ich gehe mal davon aus, dass die nicht so lange dafür brauchen, auch wenn der Fehler dann gefixt ist, ähm, kann es immer noch sein, dass eben Trials nicht rauskommt, ähm, also nächste Woche, denn es macht eben keinen Sinn, den Parallelen mit dem Hard Mode Raid zu launchen, denn die, ähm, versessenen Spieler, die wollen sich auf eines von beiden konzentrieren und eben Trials ist eine Sache, die übers ganze Wochenende läuft. Da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Bungie beides gleichzeitig rausbringt, von daher kann man, denke ich, mit Trials of Osiris frühestens zum 30. Oktober rechnen und, äh, ich hoffe einfach, dass es bis dahin dann gefixt ist, bis dahin dann auch rauskommt und dass wir uns die Woche davor dann fröhlich mit dem Hard Mode Raid vergnügen können. Und, ja, Eik viel mehr steht dann hier in den News einfach auch gar nicht mehr. Noch einige Informationen über die Eisenbanner Rewards, diese können erst ab Rang 2 droppen, wie ich in den letzten News gesagt habe, auch nur das, was Lord Saladin verkauft, aber ab Rang 2 habt ihr die Chance auf die ersten Rüstungsteile und, ähm, das wäre bei Rang 2 zum Beispiel der Umhang, bei Rang 3 könnt ihr zum Beispiel die Schuhe und den Sidearm bekommen und bei Rang 4 habt ihr dann die Chance auf das Pulsgewehr, das diese Woche verkauft wird. Es gibt Gerüchte, dass ein Fehler im Spiel ist, der das Zeug auch schon früher droppen lässt, aber ganz ehrlich, bei all meinen Iron Banner Matches, die ich diese Woche gespielt habe und ich habe Rang 5 mittlerweile erreicht, da ist nicht einmal irgendwas Höheres gedroppt als ein Umhang und, oder ein Armreif für den Warlock, beziehungsweise für mich selbst sind die Schuhe gedroppt als ich Level 3 war und von daher, ich gehe einfach davon aus, dass dort kein Fehler vorliegt und jeder, der behauptet, er hat das Pulsgewehr in Level 1 bekommen, der ist einfach in meinen Augen ein Lügner und, ähm, ja, das soweit zu den wichtigen Informationen zu dieser Woche zum Weekly Update von Bungie. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Eisenbanner, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Ich warte jetzt noch auf Xur, der in ein paar Minuten reinschaut, dazu gibt es ein separates Video und in diesem Sinne, haut rein, euer Alum. This war es gut, ich bin ein wenig ein bis 2500 Kurs leaf. Aber ich außer dann, if duo武 toxin mit in diesem Grundi zu hören, bet Creija eure denn, was das hier Jews spawnen, versucht alles von Linz, bis zum�� zu sein. Und jetzt hierign妳 letzt wurde mir ein bisschen,